herzlich willkommen meine freunde zu adventskalender und zwar der vierte ist heute das bedeutet wir haben den 4. dezember und wir gehen heute in der jump run rein die map la heißt sherlock holmes bin mal gespannt ob wir den meister der aktiv persönlich treffen die zeiten sind fünf minuten acht minuten und 20 minuten ich möchte mich noch mal dafür entschuldigen dass der letzte party leute zu laut waren ich konnte es aber nicht mehr ändern ja und das dazu weil sonst überhaupt kein video gestern gekommen von der map und ich wurde darauf hingewiesen dass beim ersten video das gar nicht der weihnachtsmann war sondern dass ein anderer der weihnachtsmann ist der muss ich ach so da schleim ok und kurzer leck oder oha was ist denn jetzt hier los ich hoffe das legt sich wieder ja ich habe da so eine kleine bemerkung reingemacht wann der da ist ungefähr bei 30 sekunden ist da zirka da kommt man auf jeden fall sehr sehr schnell hin und hopp scheiße erster fail ach was zweiter fail scheiße scheiße und hopp so so dass ich habe mir jetzt kein thema rausgesucht weil die map scheint wohl ziemlich kurz zu sein oh gott das gas hat mona lisa oder wer ist das die frau von sherlock holmes weiß gar nicht ob er eine frau hatte war ist das einer von euch ich nicht und ob er kinder hatte sherlock holmes war der typ in england oh gott da hat es geleckt baker street war der so hier rüber dann darüber so hoppi doppi und ich hoffe wir schaffen das in der zeit weil so art schwere sprünge sind das nicht ich denke dass sie ist eine art speed run halt dass man hier einfach durch läuft und fertig deswegen die 20 minuten soll jetzt hier hin und danach ach guck mal da ist der weihnachtsmann da haben wir den weihnachtsmann gefunden und wo muss man dann hin da geht es weiter wo geht es weiter wenn ich da drauf bin ich warte mal auf den da der weiß bestimmt wohin so hopp und ah so ok ich hab's geschickt geschickt alter geht das leim sprung jetzt schon wieder nicht dann hier und hier oben super und ich habe das von oben echt nicht gesehen die map habe ich diesmal nicht also habe ich noch gar nicht gespielt also komplett blind deswegen bin ich vielleicht nur ein bisschen orientierungslos aber während der schulzeit habe ich nicht die zeit die maps zweimal zu spielen weil das hochladen und so das dauert richtig lange und das rendern vor allem irgendein video hat vier stunden gebraucht zum rendern da dachte ich mir nur so alter genau genau das dachte ich mir alter so ok konzentration konzentration und hopp so easy so schwer sind die eckensprünge gar nicht ich glaube ich mache ich hier wieder eine sehr sehr bescheidene zeit ich werde mal gucken vielleicht kann ich das doch nochmal machen aber dann im anschluss das habe ich nicht geschafft so und dann hier rüber der sprung ist aber weit da muss ich doppel sprung machen der war schlecht so der war besser der war auch gut ich dachte ich hätte ich dachte ich hätte ihn scheiße so den habe ich den habe ich auch und aber es sieht immer so aus als ob ich ihn hätte so noch mal ja jetzt jetzt habe ich ihn endlich endlich so dann hier rüber hopp checkpoint die so oh gott da kommt wieder ein slimesprung und leute ich bin glaube ich wieder krank man kaum mache ich wieder videos schon werde ich wieder krank was ist das denn richtige bauchschmerzen magenkrämpfe und so kopfschmerzen nicht aber aber was stand da das ist der normale weg hätte er geht doch voll klar oder nicht oder bin ich jetzt komplett falsch so okay den habe ich nicht geschafft hopp und hoppidopi galoppi galoppa wie auch immer ist ja wunderbar so jetzt muss ich wahrscheinlich uhuhu boah das war schon knapp ein knappes ding das geht nicht oh da kommen schon die ersten beschwerden oh gott alter hopp und hopp so so und eh eigentlich okay ich habe bis jetzt immer gesagt es sieht ganz gut aus deswegen will ich diesmal nicht sagen oh gott die erste zeitspange haben wir schon mal nicht geschafft schade und ach fail fail gesprungen ach man ey das mache ich denn jetzt hier schon wieder achso warte hier komme ich ja so drauf so hopp haben wir auch gut das haben wir nicht wie hallo achso direkt hier vorne ach so wo ist das ziel ziel ich bräuchte dich mal langsam weil ich möchte schon unter den acht minuten bleiben damit ich zumindest einmal silber habe einmal bitte bitte lieber gott einmal silber einmal silber oh gott das geht ja noch richtig weit ich glaube das wird wieder nichts geil 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 den habe ich verkackt gebe ich zu hoppidopi und okay jetzt hasse ich es langsam muss ich halt ach gott wie wie mache ich den sprung am besten so also ich muss irgendwie da so reinspringen so und auch gut so perfekt hopp perfekt checky 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 120 sekunden boah die map ist aber groß also nicht vom ähm jump one her sondern von der gestaltung her sieht so richtig gut aus oh fail den habe ich geschafft den nicht okay schade 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 schokolade hey okay da muss ich glaube ich nicht drauf springen oh gott jetzt jetzt verkack ich es schon wieder ach man ey man kopf streng dich bitte an ich will schlafen und ich muss noch englisch lernen dann hier scheiße alter der letzte teil hier ist aber schon brainfuck alter richtiges brainfuck und muss ich da überhaupt hinspringen so endlich endlich da ist es tatsächlich oder gott wie wieder geht es noch weiter also ich weiß nicht wie man diese scheiße hier in fünf minuten schafft also da muss man ja echt schon einmal hier durch sprinten sonst geht das doch gar nicht mein arm tut weh mein arm tut weh und hoppidopi da muss ich den doppelsprung machen und dann hier auch gott da die angst so dann hier das schaffe ich so hier mal lieber den doppelsprung sicher ist sicher jetzt habe ich wieder meinen lauf gefunden und bin hier ist aber dunkel stellt mal hier fackeln auf und hier ist das ziel alter zehn minuten ja ok optik fand ich sehr gut sprünge gut und kreativität naja naja ok ok zur baueule und 0x die leute das ist ein alter mann geil den nämlich als sammeln hahaha oder den was ist das denn hier 8 aha das ist ein mordschlag aha jetzt verstehe ich da ist dieser moriati typ und da ist sherlock holmes oder was ok cool cool die map ist richtig cool ja ok leute ne wir sehen uns am morgen wieder ich hoffe ihr hattet spaß beim zusehen und bis dann euer kamito haut rein und ciao ich hoffe ihr hattet spaß beim zusehen und bis dann